Bei erstem offiziellen Termin seit Krebsdiagnose kommen ihm die Tränen. König Charles nahm in Begleitung seiner Frau Königin Camilla an seiner ersten Pressekonferenz seit Bekanntgabe seiner Krebsdiagnose teil. Der Monarch sah bei seiner Ankunft strahlend aus, kämpfte aber später mit den Tränen. Am 5. Februar 2024 gab der Palast bekannt, dass der 75-jährige König Charles an Krebs leide. Eine kürzlich durchgeführte Krankenhausbehandlung wegen einer vergrößerten Prostata brachte ein weiteres besorgniserregendes Problem zum Vorschein. Bei nachfolgenden diagnostischen Tests wurde eine Krebsart festgestellt, hieß es in einer offiziellen Erklärung und fügte hinzu, dass der Regent inzwischen behandelt wurde. König Charles nimmt seine königlichen Pflichten wieder auf am Dienstagnachmittag, 30. an seiner Seite, Königin Camilla, 76 Jahre alt. April traf das königliche Paar im McMillen-Kansas-Entreides-University-College-Hospital in London ein. März am 1. Charles und Camilla wollen die Ernennung nutzen, um zu zeigen, dass Krebs nicht nur die krebskranke Person betrifft. Sondern alle um sie herum, sagte eine anonyme Quelle kürzlich gegenüber der Telegraph. Das königliche Paar lächelte und winkte der wartenden Menge zu, als sie in einer Klinik in London ankamen. Dies wird durch eine Aufnahme veranschaulicht, die die königliche Korrespondentin Rebecca English auf ihrem Ex-Konto geteilt hat. Der König ist sehr erfreut, heute Morgen zum ersten Mal seit seiner Krebsdiagnose seinen offiziellen Pflichten nachkommen zu können. Heute können wir bekannt geben, dass er der neue Schirmherr von Cancer Research UK ist, schrieb sie. Monarch kämpft mit den Tränen und aktualisiert seinen Gesundheitszustand. Bei der Ankunft blickt König Charles in das Zentrum und spricht vor Ort mit Patienten und Mitarbeitern. Er teilte seine Krebserfahrungen mit krebskranken Menschen und gab bekannt, dass er am Nachmittag eine weitere Behandlung erhalten würde. Auf die Frage, wie die Dinge liefen, antwortete die Dirigentin, so schlimm ist es doch nicht. Es ist immer ein kleiner Schock, wenn man es herausfindet, oder? Blumen für den Monarchen. Dieser wichtige Auftritt blieb König Karl offenbar nicht verborgen. Der 75-Jährige vergoss während des Besuchs Tränen, wie in Nahaufnahme zu sehen ist. Palastkündigt Rückkehr an Vor einigen Tagen wurde die Rückkehr von König Charles auf dem offiziellen Instagram-Account der königlichen Familie angekündigt. Seine Majestät der König wird bald wieder in der Öffentlichkeit zu sehen sein, nachdem nach einer Behandlungs- und Genesungsphase kürzlich eine Krebsdiagnose diagnostiziert wurde. Um diesen Meilenstein zu feiern, werden der König und die Königin am kommenden Dienstag zusammenkommen. Besuchen Sie Krebsbehandlungszentren und treffen Sie sich mit Experten und Patienten. Dieser Besuch ist der erste einer Reihe externer Termine. Die seine Majestät in den kommenden Wochen durchführen wird, schrieb der Palast neben einem Foto von Prinz Charles und Herzogin Camilla. Darüber hinaus werden der König und die Königin auf Wunsch der Regierung im Juni ihre Majestäten, den Kaiser und die Kaiserin von Japan als Staatsgäste empfangen, da dies der erste Jahrestag ihrer Krönung ist, während sich das Jahr dem Ende zuneigt. Bleiben ihre Majestäten zutiefst dankbar für die vielen Freundlichkeiten und den guten Willen, die sie während der Freuden und Herausforderungen des vergangenen Jahres aus der ganzen Welt erhalten haben. Verwendete Quellen, Telegraph.co.uk, Getty Images, Twitter.com, Instagram.com